Guckt euch das. Ach du Scheiße. Ich wollte den Akku in den Bus. Ach du Scheiße. Ich kann den Busfahrer nicht verstehen. Ich kann auch den Busfahrer nicht verstehen. Der hätte doch gleich zum Feuerlöscher greifen sollen, als die ersten Flammen da hinten kamen. Ja, er hat es nicht gesehen, oder? Er hat es nicht gesehen? Oder? Ich gehe schon mal neben dem Bus. Ach du Scheiße. Oh, das wird immer schwärzer doch. Warum? Aber das Nebengebäude. Ach du Scheiße. Das ist die Verpestung da. Ach du Scheiße. Jetzt geht es richtig ab. Wie lassen Sie denn komplett ausbringen, glaube ich? Aber das Nebengebäude, ne? Aber die Feuerwehr, wo ist die Feuerwehr? Guck her. Sie meint, die sind alle unterwegs. Ja, aber doch nicht hierher. Machen wir wahrscheinlich. Heftig. Wir kommen jetzt hier nicht weiter. Die Straßenmann fährt hier nicht durch. Das geht ganz schön schnell. So, und gleich geht der Tank in die Luft. Ja. Da hinten kommt ein... Oh, 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 oh. Das ist aber auch wieder kein Löschfahrzeug. Die haben kein Löschfahrzeug, doch. Guckt euch das an. Elektrobus, ne? Ja, was will der denn? Kommt jetzt ein Spritzenwagen? Ist doch eh zu spät. Der Bus ist doch gleich weg. Oh, wie heiß das ist, ne? Wie warm das ist. Mann, das war im Heck so ein kleines Feuerchen. Dann mal was antreten. Dann also was antreten. Vielen Dank.